In diesem Video erfährst du, was du alles brauchst, um mit Social Media Marketing anfangen zu können. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nick und hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video geht es darum, wie du richtig mit Social Media Marketing anfängst. Das allererste und wichtigste überhaupt, und ich weiß, das hängt dir vielleicht schon längst zu den Ohren raus, ist aber Geduld. Du musst einfach geduldig sein. Du brauchst eine gewisse Geduld, die du an den Tag legen musst, weil Social Media Marketing beruht auf viel, viel Raffinesse, aber auch vor allem viel Arbeit und Kontinuität. Da passiert nichts von jetzt auf gleich. Und das kann ich selber sagen, aus mittlerweile über vier Jahren, die ich auf Social Media aktives Marketing betreibe, Produkte verkaufe, Follower aufbaue, Unternehmen unterstütze. Das Wichtigste und Entscheidende, nachdem du geduldig warst, ist folgendes, und zwar du musst ein gewisses Fundament aufbauen, eine gewisse Grundbasis. Du musst erstmal wissen, was möchtest du machen. Möchtest du Produkte verkaufen, einfach nur Follower aufbauen? Möchtest du auf Instagram Influencer werden? Möchtest du YouTuber werden? Weil das Erste und Wichtigste ist es, auf welcher Plattform möchtest du überhaupt werben? Weil man sollte nicht drei, vier, fünf Plattformen gleichzeitig aufbauen. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Der drehst du durch. Du entscheidest dich für eine Plattform. Ich habe mich damals für Facebook entschieden und habe erstmal, als ich mich für Facebook entschieden habe, und ich fahre einfach mal mit diesem Beispiel fort, habe ich herausgefunden, okay, wie baut sich Facebook auf? Es gibt Seiten und es gibt ein privates Profil. Cool. Wenn ich eine Seite betreiben möchte auf Facebook, habe ich folgendes Problem, und zwar meine Beiträge werden nicht so vielen Menschen ausgespielt, weil Facebook möchte, dass ich Werbung schalte. Das heißt, wenn ich nicht viel Geld habe, aber gleichzeitig maximal viele Leute erreichen möchte, baue ich ein privates Profil auf, weil dort mehr Menschen meine Beiträge angezeigt werden. Wenn ich mir ein privates Facebook-Profil aufbaue, kann ich maximal 5000 Follower aufbauen, beziehungsweise 5000 Freunde aufbauen und danach Abonnenten dazukriegen. Das heißt, meine Aufgabe ist es jetzt, so viele Freunde wie möglich dazuzukriegen. Wie mache ich das? Indem ich Freunde adde. Das heißt, ich bin in Gruppen gegangen, in diverse, und habe dort angefangen, Menschen zu adden. Habe relativ schnell festgestellt, dass ich maximal mit morgens 20 bis 25 adden kann, mittags 20 bis 25 und abends 20 bis 25 adden kann. Und danach, oder wenn ich es mehr mache, dass Facebook meinen Account beispielsweise sperrt. Das heißt, ich kann jeden Tag Pi mal Daumen circa 70 bis 80 Leute als Freunde hinzufügen und hoffen, dass die nachher entsprechend auch anfangen, mich als Freunde hinzuzufügen, beziehungsweise mich akzeptieren und dass neue Menschen auf mich aufmerksam werden über gemeinsame Freundschaften. Das heißt, so habe ich den ersten Schritt gesetzt und dafür gesorgt, dass überhaupt Menschen meine Beiträge sehen können und habe 5000 Freunde nach und nach voll gemacht. Ich habe in dieser Zeit natürlich angefangen, Beiträge zu posten. Ich habe mich natürlich gefragt, erstens, was ist meine Zielgruppe und welchen Content interessiert meine Zielgruppe? Ich habe gesagt, okay, meine Zielgruppe, wer die ist, ist mir erstmal egal. Mein Ziel ist es, diese Menschen fürs Thema Mindset und Business interessiert zu bekommen. Also habe ich angefangen, einfach von meinem Alltag zu erzählen. Was passiert da? Was mache ich? Wie mache ich das? Was sind meine Erkenntnisse? Habe angefangen, Bilder hinzuzufügen. Habe angefangen, Videos dazu zu posten und nach und nach festgestellt und gemerkt, was wem am besten gefällt, was wo am besten funktioniert und das, was am besten funktioniert und mir am meisten Spaß macht, immer und immer wieder gemacht und immer und immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen und immer und immer wieder weiter aufgebaut, bis ich soweit war, dass ich tagtäglich 20, 30 Anfragen gekriegt habe von Menschen, die wissen wollten, was ich mache und ich meine Produkte verkaufen konnte. So, das heißt für dich, als Beispiel ist die Frage, was ist überhaupt dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Weil, wenn du Influencer werden willst, ist Facebook nicht die richtige Plattform für dich. Da macht Instagram mehr Sinn. YouTube macht ebenfalls Sinn. Wenn du aber kamerascheu bist, also in Form von Videos, dann bleib auf Instagram. Wenn du sagst, du magst Fotos nicht so gerne, du erzählst lieber viele coole Geschichten, du bist kreativ, dann komm auf YouTube und dann finde heraus, wie funktionieren die Algorithmen auf dieser Plattform. Was wird wie bewertet? Warum werden die Dinge so bewertet, wie sie bewertet werden? Und wie kannst du dir diese zu Nutzen machen? Und dann fängst du an, Schritt für Schritt Inhalte zu erstellen und dabei neue Besucherströme für dich zu akquirieren, über Kooperationen, über das Adden, übers Kommentieren von neuen Beiträgen und so weiter. Und wenn du das machst, Schritt für Schritt dazu zu lernen und Schritt für Schritt dich da aufzubauen, neue Dinge dazu zu gewinnen und dann auch anzufangen, neue Dinge auszuprobieren und zu schauen, ob sie gut funktionieren oder ob sie weniger gut funktionieren. Und genau deshalb ist Geduld so entscheidend, weil du einfach durch die Algorithmen und durch gewisse Beschränkungen nicht von jetzt auf gleich, außer du willst für Werbung zahlen und dazu werden wir auch noch jede Menge Videos machen, wie man vernünftig Facebook-Ads schaltet und dort Millionen von Menschen dazu kriegt, sich ein Video anzugucken, zu kommentieren, zu interagieren, zu E-Mail-Kontakten zu werden und so weiter. Geht es aber trotzdem in dem Schritt darum, diese Geduld aufzubringen, weil wenn du organisch etwas aufbauen willst, bist du von Anfang an nicht gleich ein Profi. Das heißt, du musst noch besser werden vor der Kamera. Meine ersten Videos waren grauenhaft und wenn ich zwei Jahre später auf dieses Video gucke, denke ich wahrscheinlich auch, boah, das ist grauenhaft. Meine ersten Bilder waren total verschwommen, haben null Sinn gemacht, die ersten Texte, voll viele Rechtschreibfehler und das ist auch okay, weil man lernt dazu und man wird besser und dann mit der Zeit, wo du besser wirst und du anfängst kontinuierlich deine Follower aufzubauen, werden es auch nach und nach immer mehr und exponentiell immer mehr. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass einen Daumen nach oben da. Wenn ja, schreib doch gerne mal deine besten Erkenntnisse oder Fragen zum Thema Social Media Marketing unten in die Kommentare rein und teile das mit jemandem, der es unbedingt sehen muss. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Nick. Bis dann. Ciao.